Ok, mach auf. Ich hab halt direkt auf den Typen dahinten geschossen. Und der zweiten Schuss, den ich dann abgegeben hab, der hat dann... Was zum Teufel war das? Der hat dann Rektor geschossen. Ok, es sind drei Leute links, die kommen gleich rein. Ich hab den Videobeweis leider nicht an, aber aus meiner Perspektive... Ich kann meinen speichern. Hat Scruffy Freshman erschossen?